Herzlich willkommen zurück. Im vorigen Video haben wir uns gemeinsam überlegt, wie viele Möglichkeiten es gibt, drei bzw. vier unterscheidbare Objekte in einer Reihe anzuordnen. Am Ende des vorigen Videos haben wir dann auch schon erkannt, dass es hier möglicherweise eine allgemeine Formel bzw. ein Muster gibt, dem wir folgen können. Diese allgemeine Formel wollen wir jetzt in diesem Video gemeinsam besprechen. Dafür solltest du bereits wissen, wie man die Anzahl der möglichen Anordnungen von drei oder vier unterscheidbaren Objekten in einer Reihe berechnen kann. Und das Ziel für dieses Video ist, dass wir diese Formel für die Anzahl der möglichen Anordnungen von n unterscheidbaren Objekten in einer Reihe kennenlernen und gleichzeitig damit auch noch eine neue Schreibweise einführen, die uns das Leben dann in Zukunft ein bisschen erleichtern wird. Also gut, schauen wir uns das nächste Fenster gemeinsam an. Es sollen nun n voneinander unterscheidbare Objekte in einer Reihe angeordnet werden. Für die Anzahl möglicher Anordnungen schreiben wir kurz n und dann so ein Rufzeichen und dazu sagen wir n! oder n! Fakultät. Das ist jetzt die neue Schreibweise und die steht für n mal n-1 mal n-2 mal und so weiter mal 3 mal 2 mal 1. Also für das Produkt aller natürlichen Zahlen von 1 bis n. Das gilt für n größer gleich 1 und für 0! sagen wir das soll gleich 1 sein. Warum ist das genau das, was wir uns erwartet haben? Naja, schauen wir uns dazu ein paar konkrete Aufgaben an. Überlegen wir uns zum Beispiel, wie wäre es jetzt mit 5 voneinander unterscheidbaren Objekten? Wenn wir das Muster aus dem vorigen Video fortsetzen, dann müsste das ja genau sein 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 und das entspricht tatsächlich genau dieser Formel und in der neuen Schreibweise würden wir jetzt sagen 5! also 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1, also 120 Möglichkeiten. Wie sieht es jetzt aus, wenn wir 10 voneinander unterscheidbare Objekte in einer Reihe anordnen wollen? Dann ist das schon sehr viel, denn dafür gibt es sogar 3.628.800 Möglichkeiten. Also wir erkennen, wenn wir die Anzahl der Objekte ein bisschen erhöhen, dann wächst die Anzahl der Möglichkeiten, diese in einer Reihe anzuordnen, sehr, sehr stark. Probieren wir noch ein bisschen was Frecheres, probieren wir gleich aus, was passieren würde, wenn wir 100 voneinander unterscheidbare Objekte in einer Reihe anordnen wollen. Wie viele Möglichkeiten gibt es dann? Würde mich interessieren, mein Taschenrechner verratet es mir aber nicht, denn der sagt dann schon einfach nur noch Overflow Error. Also diese Zahl ist meinem Taschenrechner schon viel zu groß. Mit Fakultäten bzw. mit Faktoriellen kann man auch ganz gut rechnen und das ist auch recht wichtig in weiterer Folge. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber deshalb schauen wir uns im nächsten Video ein paar Aufgaben dazu gemeinsam an.